Herzlich willkommen in der Tucher Brauerei. Ich stehe hier im Sudhaus, dem Herz der Brauerei. Das Tucher Sudhaus ist das wohl einzige Zwei-Städte-Sudhaus der Welt. Und darauf sind wir Franken schon ein wenig stolz. Genau hier, zwischen den eindrucksvollen Kesseln, verläuft die Stadtgrenze zwischen Nürnberg und Fürth. Ich lade Sie heute herzlich in eine der traditionsreichsten Brauereien Deutschlands ein. Werfen Sie einen Blick hinter unsere Kulissen und machen Sie mit uns eine Zeitreise zurück, um diejenige zu hören, die den Anfang der Tucher Brauerei Tradition mitbeschritten hat. Ursula von Tucher. Auf ihre jahrhundertealte Tradition kann die Tucher Brauerei wahrlich stolz sein. Sie ist heute eine der modernsten Brauereien Europas, die durch ihre einzigartige Geschichte geprägt wurde. Beginnen wir unsere Reise und werfen wir einen Blick auf die Anfänge der Tucher Traditionsbrauerei. Die Wurzeln der Tucher Brauerei gehen auf das Jahr 1672 zurück. Der Raterstadt Nürnberg errichtet ein eigenes Brauhaus. Ein für die damalige Zeit neues und ganz besonderes Bier kommt aus seinen Sudkesseln, das Weizenbier. Daher erhält das Brauhaus den Namen städtisches, 1806 sogar königliches Weizenbrauhaus. 50 Jahre später erwirbt die Familie von Tucher die nunmehr freiherrlich von Tuchersche Brauerei. Der Bierabsatz steigt rasant und die Brauerei wird 1898 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Durch Zukäufe weiterer Brauereien entwickelt sie sich zu einer der bedeutendsten Exportbierbrauereien Bayerns. Das Haus übersteht zwei Weltkriege mit schweren Zerstörungen und wird originalgetreu wieder aufgebaut. Heute ist die Tucher Brauerei eine eigenständige Tochter der Radeberger Gruppe, der größten Privatbrauereigruppe Deutschlands mit einer neuen hochmodernen Braustätte, einem eigenen Logistikzentrum und vor allem engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Eine ganz wesentliche Rolle in der Geschichte des Bierbrauens spielt das Reinheitsgebot für Bier aus dem Jahre 1516. Die Geschichte des Nürnberger Bieres beginnt im Jahre 1304. Bier ist seinerzeit jedoch nicht der schaumgekrönte reine Genuss, den wir heute schätzen. Damals kommen wahrlich sagenhafte Zutaten wie Kräuter, Ruß oder sogar Fliegenpilz mit in die Sudkessel. Erst mit dem Erlass des Reinheitsgebotes durch Wilhelm IV. von Bayern am 23. April 1516 wird ein neues Zeitalter eingeläutet. Es ist eine der ältesten lebensmittelrechtlichen und landesweit gültigen Regelungen überhaupt. Dieses Gebot steht für die besondere Reinheit des deutschen Bieres. Nur Gerste, Hopfen und Wasser dürfen für die Herstellung verwendet werden. Hefe ist zur damaligen Zeit noch unbekannt. Die Tucherbrauerei braut heute wie damals nach dem Reinheitsgebot für Bier. Aus besten Rohstoffen und nach traditionellen Rezepturen. Werfen Sie doch einmal einen Blick auf den großen Malzturm auf unserem Gelände. Hierbei handelt es sich um das größte Reinheitsgebot der Welt. Was genau macht denn den hervorragenden Geschmack und die hohe Qualität der Tucherbiere aus? Ja, ein Bier ist immer nur so gut wie die Zutaten aus denen es gebraut wird. Und im Tucher steckt nur Gutes. Einer der wichtigsten Rohstoffe ist das Wasser. Aus den eigenen Brunnen im Rednitzgrund schöpft Tucher das frische, kristallklare Element. Es ist von ausgezeichneter Qualität und Garant für den herausragenden Geschmack. Durch eine eigene Pipeline wird das Wasser aus den Tucherbrunnen in die Brauerei befördert. Das Malz gilt als Seele des Bieres. Es verleiht ihm sein Aroma und seine Optik. Bei Tucher wird Malz aus kräftiger Sommergerste und aus feinstem Weizen gewonnen. Der Hopfen ist die Würze des Bieres und sorgt für eine feinherbe Note. Tucher verarbeitet ausschließlich besten Hopfen aus der Hallertau, dem größten Hopfenanbaugebiet der Welt. Durch die Zugabe von Hefe wird die Bierwürze vergoren. Das heißt, der Malzzucker wird abgebaut. Es entstehen dabei Kohlensäure und Alkohol. Bei Tucher stammen die verschiedenen Hefestämme aus eigener Reinzucht. Die Mitarbeiter der Tucherqualitätssicherung garantieren dafür, dass wirklich nur beste Rohstoffe in die Sudkessel gelangen. Die neue Tucherbraustätte ist ja eine der modernsten Europas. Was macht sie so besonders? Auf unsere jahrhundertealte Tradition sind wir bei Tucher mit Recht sehr stolz. Doch Tradition und Innovation gehen bei uns Hand in Hand. Mit einem Investitionsvolumen von mehr als 50 Millionen Euro und in nur zwölf Monaten Bauzeit ist die neue Tucherbrauerei entstanden. Zusammen mit ihrem Logistikzentrum und der Verwaltung ist sie heute die Brauerei für Franken. Bier braucht Heimat. Mit dem Neubau der Tucherbrauerei haben wir diese Heimat und damit hunderte Arbeitsplätze in der Region gesichert. 20 Kilometer Rohre, 40 Kilometer Kabel, 7500 Tonnen Beton und 340 Tonnen Stahl. Das ist der Stoff aus dem die neue Tucherbrauerei ist. Besonders eindrucksvoll sind die 22 riesigen Gär- und Lagertanks. Jeder einzelne 26 Meter hoch und 28 Tonnen schwer mit einem Füllvolumen von 260.000 Litern. Weitere acht neue Tanks fassen 130.000 Liter Bier. Es ist wirklich sehr beeindruckend, wie viel hier in die Zukunft der Tucher-Traditionsbrauerei investiert wurde. Ja, richtig. Und ein ganz besonderes Highlight ist unsere hochmoderne Flaschenabfüllung. Waschen, Füllen, Schließen und das bis zu 50.000 Mal pro Stunde. Das leistet seit 2003 die technisch herausragende Flaschenabfüllung der Tucher. Dabei arbeitet die hochmoderne Anlage nicht nur sehr ruhig und zuverlässig. Sie ist auch besonders effizient und sparsam im Energieverbrauch. Doch der Reihe nach. Los geht es in der Flaschenfüllerei. Hier werden die leeren Mehrwegflaschen aus den Bierkisten entnommen, auf Transportbänder sortiert und in der Flaschenwaschmaschine gereinigt. Mit hochauflösender Kameratechnik wird anschließend jede Flasche auf perfekte Sauberkeit und Unversehrtheit geprüft. Erst wenn alle Kontrollen durchlaufen und bestanden sind, kann frisch gebrautes Tucher in die Flaschen abgefüllt werden. Bis zu 850 Flaschen pro Minute werden im Flaschenfüller mit den Bieren und Bierspezialitäten der Tucherbrauerei befüllt und mit Kronkorken verschlossen. Das ist Präzisionsarbeit im Rekordtempo. Anschließend wird jede Flasche erneut auf ihren Inhalt kontrolliert. Nur exakt befüllte Flaschen verlassen die Abfüllung. Jetzt fehlt nur noch eines, das Tucher Etikett. Zuverlässig sorgt die Etikettiermaschine dafür, dass jedes exakt an den richtigen Platz kommt. Nach einer letzten Kontrolle stellen moderne Hochleistungspacker die frisch befüllten Flaschen in die gereinigten Kisten. Rund 2500 Kisten werden pro Stunde durch die B-Palettierung gepackt und gestapelt. Dann geht das Tucher zur Freude vieler Bierliebhaber ab in den Handel und in die Gastronomie. Das ist faszinierend. Und wie ich höre, legt Tucher bei all der modernen Technik größten Wert auf Nachhaltigkeit und Umweltschonung. Ja, das ist richtig. Die Hauptkriterien bei der Planung unseres Brauereineubaus waren Produktqualität, Effizienz, Flexibilität und der Umweltschutz. Die neue Tucherbrauerei ist ausschließlich mit bester Technik und Qualität made in Germany errichtet worden. Das Ergebnis ist rekordverdächtig. Um einen Liter Bier herzustellen, genügen bei Tucher 3,5 Liter Wasser. 50 Prozent weniger als in der alten Tucherbrauerei benötigt wurden. Auch bei Strom und Gas spart Tucher in der neuen Braustätte die Hälfte ein. Zudem wird die Energie aus den beim Kochen entstehenden Dampfschwaden über einen Kondensator zurückgewonnen und wieder direkt im Sudhaus eingesetzt. Hier wird das Bier schonend gekocht, die Wärme verbleibt im Kreislauf und die Kochzeit pro Sud sinkt von 70 auf 45 Minuten. Absolutes Highlight sind die Heizkosten für die Verwaltung. 0 Euro lautet die Energiebilanz. Unser Trick, die Restwärme der Dampfkessel heizt die Büros. Und auch mit der eigenen CO2-Rückgewinnungsanlage setzt Tucher voll auf Umweltschutz. Bei der Vergärung der Tucherbiere entstehen pro Jahr 2000 Tonnen Kohlensäure, die in der Anlage aufgefangen und dem Reinheitsgebot entsprechend wiederverwendet werden. Zum Vergleich, die Menge entspricht in etwa dem Dieselverbrauch von 140 Brauerei-Lkw pro Jahr. Die Tucherbrauerei hat hingegen nur 75 Lkw im Einsatz. Dass die guten Tucherbiere hier in der Region bekannt und beliebt sind, weiß ich. Doch schon zu meiner Zeit wurden sie auch ins Ausland exportiert. Ist das heute noch so? Ja, das ist noch immer so. Gerade der Absender Deutschland bürgt rund um den Erdball im Zusammenhang mit Bier für besondere Qualität. Tucherbiere in aller Welt, so lautet unser Credo. Die Familie von Tucher machte die Traditionsbrauerei zu einer der bedeutendsten Exportbierbrauereien Bayerns. Dank richtungsweisender Braumethoden und eisgekühlten Eisenbahnwaggons, die Tucher als eine der ersten Brauereien überhaupt einsetzte, wuchs das Exportgeschäft rasch und kontinuierlich. In Frankreich, in der Schweiz und in Griechenland sind die Menschen vom Tuchergeschmack ebenso begeistert wie in Litauen, Israel, Mexiko oder Neuseeland. Vor allem China ist ein Wachstumsmarkt. Immer mehr Menschen können sich dort ein gutes internationales Bier leisten. Der absatzstärkste Exportmarkt für Tucher ist, man sollte es nicht vermuten, das Weinland Italien. Und im US-Bundesstaat Florida ist Tucher seit Jahren die Nummer eins bei den Weizenbieren. Hat Ihnen unsere kleine Reise durch die Geschichte des Bieres und der Tucherbrauerei gefallen? Dann verabschiede ich mich an dieser Stelle von Ihnen. Bei Ihrem Rundgang durch unsere Braustätte, zu dem ich Sie nun sehr herzlich einlade, werden Sie eines ganz sicher auf Schritt und Tritt erkennen. Bei Tucher gehen traditionelles Handwerk und innovative Technik Hand in Hand. Genießen Sie also Ihren Weg durch die Tucherbrauerei. Und genießen Sie auch unsere mit Leidenschaft gebrauten Biere. In unserem Schalander, zum Abschluss Ihres Rundgangs, in den vielen schönen Gastronomien Frankens und natürlich auch daheim. Ob frisch gezapft vom Fass aus der Flasche oder aus dem selbst kühlenden Cool Cake, ein Tucher sollte es schon sein. Zum Wohl, Ihr Bernhard Wagemann. Gut cool. und mal zum Beispiel Be great啦.